willkommen zurück beim terrenkonflikt wir wollen jetzt hier die von rot ein job klingt gut bringt mir ruhm und ehre eingehende nachricht pirat wie bar bei elende elende himmel na dann docken wir mal ab und gucken mal wo die elenden himmel sind ach so jetzt muss ich meine mission umstellen von tomant klack so verirrt in der hölle die suche ach das sieht auch ein großen plot aus toll dafür habe ich gar nicht die richtige ausrüstung okay also mit dem schiff werde ich die höllenmission nicht schaffen ich gucke mir den sektor mal an dass ich ihn auf der karte habe und danach werde ich entscheiden wie ich diese mission mache erreiche system familie tor elende himmel wie viel zeit habe ich mich diese mission 31 minuten ach wir haben genug familie antrieb wird geladen 10 prozent 20 30 40 50 prozent 60 70 80 90 initierer sprung erreiche system familie so und nun fliegen wir nach elende himmel mal gucken wie elendig das da aussieht war schon die waffen scharf erreiche system elende himmel pirat wie bar die ist natürlich am süd tor an der süd tor kommen wir natürlich nicht ran das ist außerhalb der sensor reichweite so mein freund du hast also mit dem büro und mit denen es blickstrasse feuer reichweite jetzt hast du kein stress die familie ronka und die split dynastie eingehende nachricht ja pirat falke pirat discoverer ziel verlässt feuer reichweite pirat falke ja wenn die feuer reichweite verlässt dann hat er pech die hauen ab möchte ihn herzlich danken ja die sind langsamer als ich feiglinge ja sicher kommt her die hauen ab wir sind feige auch kommt leute ich will die beute haben ich habe ich nicht mein freund ich habe ich nicht mein freund Ist das nicht traurig, dass du mit einem Jäger nicht mal nach der Fregatte ausweichen kannst? Ups. Discoverer, Angreifer, Pirat, Dis-Pirat, Discoverer, Angreifer. Split nicht zuhören werden. Lauf kein Split sich jemals ergeben. Tja, dann Split sterben. Dann Split. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Hallo. Das Zeug trifft nicht. Ach, der macht sich an die ran. Da komme ich natürlich jetzt nicht gegen an. Sag mal. Ja! Frachtraum enthält nun Flammenschwertrakete. Na, siehste. Funktioniert. Oh, 20 Kilometer weg. Ja, der ist schneller als ich. Der hat einen Discoverer. Der kann maximal... Achso, aktuell kann er 353. Der ist langsamer als ich. Aber auch mal unwesentlich. Auch sicher, Pirat. Sicher. Kein Ziel. Ups. Siehste. So. Und jetzt mal gucken, wo der Xenon-Sektor ist. Da muss ich nach Süden springen. Geht ja gar nicht. Hafen der Ruhe. Na gut. Dann fliegen wir nach Süden. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiere Sprung. Erreiche System. Elende Himmel. So. Elende Himmel. Und karge Küste. Ich bin hier mal gespannt, was das für eine Suche wird. Erreiche System. Karge Küste. Tor Priestesschutzort. Priestesschutzort. Den kenne ich auch nicht. Den kenne ich auch nicht. Oh, da sind Piraten. Eine Todesklaue. 3 mal 25 Megajoule. Haupt. Zwei Kanzeln. Schwerer Jäger. Oh, und noch zwei Todesklauen. Prototypen. So was. Oh, 4 mal 25 Megajoule Schild. 159 schnell. Vier Laser. Ja, so was könnte ich gebrauchen. Ich würde mal fragen, ob die unseren Schiff geben wollen. Pirat. Todesklaue. Prototyp. Gibt es keine Sonne, gibt es keine Sonne, in die Sie fliegen könnten? Aufgeben. Dass ich nicht lache. Schwerer Jäger. Ich glaube, dass er die Schiffen geht. Es geht ANDTär. Ich glaube ich nicht. Ja, ihr seid so hart, dass du eure Piloten suchen musst. Huch, 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 huch. Röchel, röchel. Röchel, röchel. Ups. Pirat, Elite. Ach, und noch Elite zum Abschluss. Der Nachtisch. So. Was ziehst du denn hier für Kreise um mich? Nein, dann... Frachtraum enthält nun Libelle-Rakete. Na, das freut mich aber. Jan Föckow, Frackgut-Transport. So, was gibt's noch abzugreifen? Baluga-Rakete. Na, die sieht auch toll aus. Flammschwert-Rakete. Eine Hurricane. Sturmbringer, die kenne ich ja auch noch nicht. Ja, und ein paar Wespen. Okay. Baluga-Rakete. Die Baluga gefällt mir. Die sieht teuer aus. Hallo, Baluga. Frachtraum enthält nun Libelle-Rakete. Und die Baluga hoffentlich. Ja. Tor, Priestesschutzort. Priestesschutzort. Neuer taktischen Zeitraffer dahin. So. Asteroid. Und rein hier. Priestesschutzort. Erreiche System. Priestesschutzort. Tor, Reich des Kardinals. 147 Kilometer. Und wohin sollen wir dann fliegen? Ich weiß gar nicht, ob es hier einen Szenon-Sektor gibt. Okay, wir springen mal Reich des Kardinals. Ans Osttor. Das heißt, entweder sagt er uns jetzt nach oben und unten, oder er sagt uns nach Osten. Sprungantrieb wird geladen. 10 Prozent, 20, 30, 40, 50 Prozent, 60, 70, 80, 90. Initiere Sprung. Erreiche System. Reich des Kardinals. Sag ich doch. Nach Osten. Ich will wissen, wo uns dieser komische Boron hinschickt. Erreiche System. Heiliges Relikt. Heiliges Relikt. Ja, wir haben auch nichts weiter. Das heißt, wir werden mal zum Osttor springen müssen. Tor, zwei Welten. J. Heiliges Relikt. Sprungantrieb wird geladen. 10 Prozent, 20, 30, 40, 50 Prozent, 60, 70, 80, 90. Initiere Sprung. Erreiche System. Heiliges Relikt. Ja. Wir sind jetzt schon. Weit, 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 weit von unserem bekannten Sektor. Erreiche System. Zwei Welten. Zwei Welten. Produktionskomplex. Mittlerer Schild. Alpha. Tor. Ödland. Ödland. Ödland, sagt er. Na gut. Ödland. Jetzt müssen wir nach Norden. Okay. Aber unsere Zeit ist um. Mal gucken, wo hat die viele Missionen. Produktionskomplex. Sie sprechen mit dem Auto. Was bekommst du? Die benötigten Informationen werden dem unwürdigen Piloten sofort zugesandt. Töten sie ihn für 700.000. Ich sag euch was. Wir machen diese Mission. Ich fliege doch jetzt hier nicht nur durch andere Sektoren. Das heißt, wir fliegen hier ran. Übernehmen die Mission. Und die machen wir dann genau nächstes Mal gleich als Anfang. Und deshalb sage ich, danke fürs Zuschauen. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Und see you later. Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen zu heißen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. 79, bitte 28.